Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Kräuterkeller. Ich bin Sandra von Kräuterkeller und heute geht es um die Frage aller Fragen. Warum lohnt es sich Wildkräuter zu essen? Und dieser Frage gehen wir in diesem Video nach. Wir besprechen, welche Vorteile Wildkräuter gegenüber kultiviertem Gemüse haben und es geht auch darum, warum Wildkräuter eine so wichtige Alternative in unserer Ernährung sind. Freut euch, Neues zu erfahren und die faszinierende Welt der Wildkräuter heute etwas genauer kennenzulernen. Es wird einige Einblicke auch in die Welt der Nährstoffe geben und nun geht es los. Viel Freude bei diesem Video. Wer uns kennt und schon das ein oder andere Video von uns gesehen hat oder vielleicht auch den ein oder anderen Artikel auf unserem Blog Kräuterkeller gelesen hat, der wird wissen, wir essen jeden Tag Wildkräuter, schon teilweise in unserem Frühstück in Form von getrocknetem Wildkräuterpulver oder auch wilden Samen. Und wir möchten euch heute näher bringen, warum es sich lohnt, die Wildkräuter zu essen, auch finanziell. Denn Wildkräuter sind im Gegensatz zu gekauftem Gemüse kostenlos verfügbar. Und wenn man regelmäßig Wildkräuter sammelt, statt zum Beispiel Salat zu kaufen, dann macht sich das irgendwann auch im Geldbeutel bemerkbar. Und natürlich geht es auch darum zu klären, welche Nährstoffe haben Wildkräuter und wie sind sie denn dem kultivierten Gemüse, also dem angebauten Gemüse, überlegen. Und das ist ein sehr entscheidender Unterschied, denn je nachdem, was man für Gemüse kauft, es ist natürlich auch relevant, ob man Bio-Gemüse kauft oder Gemüse, das in großen Monokulturen angebaut wird, haben Wildkräuter doch deutlich mehr Nährstoffe. Und es ist sehr, sehr spannend zu sehen, dass es sich doch wirklich lohnt, Wildkräuter zu essen. Und diese Wildkräuter, die sind nicht nur überall in der Natur zu finden, wenn man ein bisschen rausgeht. Selbst in der Stadt kann man etwas aus der Stadt herausfahren und dort dann an Wiesen oder im Wald Wildkräuter finden. Selbst auf dem Balkon kann man sogar Wildkräuter anbauen, dann sind sie allerdings natürlich wieder kultiviert. Aber es macht immer noch einen Unterschied, ob man Samen von Wildpflanzen aussät und diese dann wachsen können, wie sie möchten, mit dem Sonnenlicht und dem, was die Natur zur Verfügung hat, mit Regenwasser gegossen werden oder ob man Gemüse kauft, was rein in Gewächshäusern kultiviert wird. Und da schauen wir heute mal ein bisschen auf die Nährstoffe. In einer Welt, in der immer mehr Menschen krank werden, in der Zivilisationskrankheiten explosionsartig zunehmen und in einer Welt, in der alles immer teurer wird, aber es auch immer schwieriger wird, hochwertige Lebensmittel überhaupt zu kaufen. Da sind die Wildkräuter einer der letzten Anker, die man nutzen kann, um sich gesund zu ernähren. Und das haben wir schon viele Jahre erkannt und deswegen sind für uns die Wildkräuter so wertvoll. Sie sind für uns ein kostenloses Geschenk der Natur, das wir sehr, sehr schätzen. Und diese Liebe zu den Wildkräutern, die möchten wir euch weitergeben. Glücklicherweise entdecken immer mehr Menschen die Vorzüge der Wildkräuter und auch die Relevanz, sich selbst um seine eigene Gesundheit zu kümmern. Wenn man Wildkräuter sammelt, dann hat man in Sachen Ernährung auf jeden Fall mehr Kontrolle darüber, was am Ende auf dem Teller landet, wie wenn man im Supermarkt Gemüse kauft, was in Plastikschalen verpackt ist und schon teilweise um die halbe Welt gefahren ist. Oft herrschen in anderen Ländern auch andere Verordnungen, was den Einsatz von Düngemitteln und Spritzmitteln anbelangt. Und natürlich ist es immer sinnvoll, Biogemüse, Bioobst, generell Biolebensmittel zu kaufen. Doch das ist natürlich auch eine Kostenfrage. Und insofern sind die Wildkräuter da eine willkommene Ergänzung auf dem Speiseplan, die man sich selbst sammeln kann. Und je nachdem, wo man sammelt, vielleicht hat man ja sogar einen eigenen Garten, hat man natürlich auch die Kontrolle, was mit diesen Wildkräutern passiert ist. In der Regel werden diese Wildkräuter nicht behandelt. Es sei denn, man sammelt an einem Feld, das vielleicht konventionell bewirtschaftet wird. Davon möchten wir abraten. Das heißt, wenn ihr den Verdacht habt, dort, wo die Wildkräuter wachsen, könnte eventuell Dünge oder Spritzmittel ausgebracht worden sein, dann sammelt dort besser nicht. Ein guter Tipp ist, dass, wenn ihr nicht wisst, wo ihr Wildkräuter sammeln sollt, vielleicht kennt ihr einen Bauernhof, vielleicht kauft ihr dort auch ein und vielleicht fragt ihr dort einfach mal nach, ob es einen kleinen Randstreifen gibt, an dem ihr ein paar Wildkräuter sammeln dürft. Da hat eigentlich niemand etwas dagegen, denn die Wildkräuter, die wachsen ja meist in Hülle und Fülle. Und die Mengen, die wir für unsere Ernährung nutzen, die sind oft so gering, das wächst ganz schnell wieder nach und das führt natürlich auch nicht zu Ernteeinbußen, sollte der Bauer diese Fläche trotzdem nutzen, um zum Beispiel Tierfutter davon zu machen. Und deswegen ist natürlich immer toll, ihr fragt, ihr kennt jemanden, vielleicht einen befreundeten Biohof und dann könnt ihr dort auch ohne Sorgen Wildkräuter sammeln. Das Ernten von Wildkräutern hat noch einen weiteren Vorteil, denn wenn man Wildkräuter sammelt, verbringt man Bewusstsein in der Natur. Und das ist eine so wertvolle Zeit. Gerade in unserem stressigen Alltag ist diese Art der Entspannung eine ganz tolle Möglichkeit, seine Freizeit zu gestalten. Und dann freut man sich nach dem Wildkräuterspaziergang, einen Korb voll wertvoller, vitaminreicher Wildkräuter auf dem Teller haben zu können. Und das ist doch eine wunderbare Sache, die wir sehr, sehr schätzen. Wenn ihr noch am Anfang steht und noch nicht genau wisst, welche Wildkräuter kann ich denn überhaupt sammeln? Es gibt einige gängige Wildkräuter, die sich wunderbar für den Anfang eignen. Beispielsweise Löwenzahn gehört dazu oder das Gänseblümchen. Da kann man die Blüten und die Blätter essen, beim Löwenzahn übrigens auch. Oder Giersch ist auch eine ganz tolle Wildpflanze, die man oft an schattigen Plätzen findet. Besonders einfach zu erkennen ist die Brennnessel, denn die erkennt wirklich jeder spätestens, wenn er sie berührt. Denn dann kann es dazu kommen, dass die Brennhaare in die Haut gelangen. Und das merkt man dann natürlich. Aber es gibt auch viele andere tolle Wildpflanzen, wie beispielsweise die Pimpinelle oder die Vogelmiere oder dann im Frühling den Bärlauch. Und da kann man wirklich oft in Hülle und Fülle sammeln, denn diese Pflanzen, die wachsen auch wirklich reichlich nach. Und diese Wildkräuter, die eignen sich wunderbar für den Salat. Es gibt dann noch andere Kräuter, die besonders reich an Bitterstoffen sind, zum Beispiel die Schafgabes dazu nennen. Davon, da nimmt man eher dann ein bisschen weniger, weil die doch recht herb im Geschmack sind, diese Blätter. Aber es gibt eine Vielzahl an Wildkräutern, die man fast das ganze Jahr übersammeln kann. Und da empfehlen wir euch auch, unsere anderen Videos einmal anzuschauen. Denn wir haben zu den Jahreszeiten immer ein Video gemacht, wo ihr nachschauen könnt, welche Wildkräuter in dieser Jahreszeit dann in der Natur zu finden sind. Und falls ihr das Ganze in Ruhe nachlesen möchtet, schaut auch einmal in unserem Kräuterhexen-Onlineshop vorbei. Dort haben wir hilfreiche und vor allen Dingen anschauliche Bücher für euch geschrieben mit Fotos, die wir selbst in der Natur gemacht haben. Und darin findet ihr hilfreiche Tipps, um die Kräuter zu erkennen und natürlich, um sie zu verarbeiten. Denn darum geht es ja schließlich. Ihr möchtet die Kräuter ja für eure Ernährung oder für eure Hausapotheke nutzen. Und das ideale Werk für den Einstieg, das ist unser Buch Die moderne Kräuterhexe mit Wildkräutern und Heilpflanzen durchs ganze Jahr. Und in diesem Buch, da findet ihr zu jeder Jahreszeit die wichtigsten Pflanzen, die es auch wirklich hierzulande bei uns in der Natur reichlich zu finden gibt. Schaut also mal in unserem Kräuterhexen-Onlineshop vorbei unter www.die-moderne-kräuterexe.de findet ihr dieses und viele andere Bücher von uns. Und nun soll es um die Nährstoffe gehen. Wir vergleichen jetzt einmal exemplarisch beliebte Gemüsesorten, die man so im Supermarkt kaufen würde, nämlich Kopfsalat und auch Spinat mit beliebten Wildkräutern. Und da werdet ihr jetzt schon beim Betrachten der Tabelle sehen, dass es doch auffällige Unterschiede gibt, wenn es um die Nährwerte geht. Für die Vertreter der Wildkräuter haben wir in dieser Tabelle jetzt die Brennnessel aufgeführt und auch die Pimpinelle und ebenso den Löwenzahn. Und beim Betrachten der Wildkräuter seht ihr schon eine Wildpflanze, die steht meistens bei vielen Nährwerten ganz unangefochten an der Spitze. Und das ist die Brennnessel. Die Brennnessel, die Königin der Wildpflanzen, wie wir sie nennen, die hat ganz besonders viele wertvolle Inhaltsstoffe. Und das ist so toll, denn die Brennnessel ist eine so vielfältige Pflanze, die man in ganz vielen Gerichten nutzen kann. Wir zum Beispiel pulverisieren die Blätter und geben dann das Brennnesselpulver in unser Müsli. Wir essen die getrockneten Brennnesselsamen ebenfalls als Topping im Müsli oder backen damit Brot. Und wir essen natürlich die Brennnesseln auch frisch. Vor allen Dingen roh im Wildkräutersalat, denn roh ist sie natürlich am nährstoffreichsten. Das gilt natürlich für alle Pflanzen, aber das gilt auch für den Salat. Wenn ihr den Salat kochen würdet, hättet ihr natürlich noch weniger Nährstoffe. Ich denke, das ist klar. Also wir sprechen hier immer von den Nährstoffen der rohen Pflanze pro 100 Gramm Gewicht. Und jetzt gucken wir uns das Ganze mal etwas genauer an. Ihr seht, Kopfsalat hat beispielsweise 11 Milligramm Vitamin C, während die Brennnessel ganze 333 Milligramm Vitamin C hat. Das ist also erheblich mehr und das bezieht sich auf 100 Gramm. Und wenn ihr 100 Gramm Kopfsalat mit 100 Gramm Brennnesseln vergleicht, ist es ungefähr von dem Volumen und der Menge, die man essen würde, etwa gleich. Auch wenn man zum Beispiel mit dem Spinat vergleicht. Brennnesseln kann man auch wunderbar nutzen, um einen Brennnessel Spinat zu machen. Da sollten die Brennnesseln aber wirklich nur ganz kurz blanchiert werden, um die Inhaltsstoffe zu bewahren. Und auch hier seht ihr, wenn ihr die Brennnessel mit dem Spinat vergleicht. Die Brennnessel hat zum Beispiel 713 Milligramm Calcium, der Spinat hingegen nur 117 Milligramm. Also das ist auch ein deutlicher Unterschied. Und bei allen Nährwerten ist die Brennnessel dem Spinat überlegen. Ebenso natürlich auch dem Kopfsalat, wobei man anmerken muss, dass Kopfsalat auch im Verhältnis zu anderen Gemüsesorten relativ wenig Nährstoffe enthält. Trotzdem isst man ja meistens dann einen Salat zu einer Hauptspeise mit dazu. Und der besteht dann eben meistens aus Kopfsalat oder Fellsalat oder was es eben saisonal gerade so gibt. Und wir möchten euch motivieren, statt dem Kopfsalat doch einfach einmal einen Wildkräutersalat zu machen. Und da gibt es unendliche, vielfältige Möglichkeiten. Und gerade die Kombination der Wildkräuter, ihr variiert ja dann oft die Wildkräuter in so einem Salat. Ihr macht also nicht einen reinen Löwenzahnsalat oder einen reinen Brennnesselsalat, sondern ich denke, ihr werdet verschiedene Wildkräuter sammeln. Noch etwas Spitzwegerich oder etwas Pimpinelle oder etwas Gänseblümchen oder etwas Giersch mit dazu geben. Und diese Variation, die führt zu einer ganz vielfältigen Nährstoffvariation auf eurem Teller. Und das ist auch das Besondere an den Wildkräutern, denn die Natur hat die Wildkräuter für etwas gedacht. Und wenn man sich mal überlegt, welche Funktion haben die Wildkräuter in der Natur, dann dienen sie natürlich der Nahrung und zwar der Nahrung der Tiere, aber eben auch der Menschen. Die Menschen, unsere Vorfahren, haben seit vielen tausenden Jahren Wildkräuter genutzt. Es gibt schon aus den Pfahlbauten, aus der Steinzeit Aufzeichnungen, dass Wildkräuter genutzt wurden. Beispielsweise der weiße Gänsefuß oder auch die Melde wurden schon in der Steinzeit genutzt. Da hat man Überreste gefunden in archäologischen Ausgrabungen. Und das ist so besonders interessant, denn die Vorfahren hatten diese Pflanzen eben auch schon auf ihrem Speiseplan. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das nicht vergessen und die Wildkräuter ebenso in unserer Ernährung weiterhin nutzen. Bevor es weitergeht, denkt daran, unseren YouTube-Kanal zu abonnieren, denn dann verpasst ihr keines unserer Videos aus der Welt der Wildkräuter und Heilpflanzen und ihr unterstützt auch unsere Arbeit. Das hilft uns sehr, ganz herzlichen Dank dafür. Wenn ihr sagt, Wildkräuter sammeln, das schaffe ich einfach noch nicht, dann haltet euch auf jeden Fall an die Küchenkräuter. Ihr seht, in der Tabelle ist auch Petersilie mit aufgeführt als exemplarischer Vertreter für Küchenkräuter. Und die Küchenkräuter sind dem konventionell angebauten Gemüse auch noch deutlich überlegen. Allerdings ist es so, man isst ja selten 100 Gramm Petersilie oder 100 Gramm Basilikum. Deswegen ist es nicht ganz so vergleichbar mit den Wildkräutern, die man ja sehr wohl in der gleichen Menge zu sich nehmen kann, wie jetzt Kopfsalat oder Spinat. Aber 100 Gramm Petersilie ist dann schon recht viel. Trotzdem behaltet es im Hinterkopf, versucht, wann immer es geht, Kräuter, Wildkräuter, Küchenkräuter in eure Speisen mit zu verarbeiten. Dann habt ihr einfach immer eine Vielfalt an Nährstoffen in eurem Gericht mit drin. Die Wildkräuter haben natürlich noch viele weitere Vorzüge für die Ernährung. Wildkräuter sind oft sehr reich an Ballaststoffen, aber auch an Antioxidantien, an sekundären Pflanzenstoffen, teilweise auch Phytoöstrogenen und natürlich Chlorophyll, dem grünen Pflanzenfarbstoff. Und dieser Mix, der ist einfach so vielfältig und so wertvoll für ganz viele Prozesse in unserem Körper. Und deswegen sind die Wildkräuter auch so wichtig. Möchtet ihr regelmäßig neue Inspirationen über die Welt der Wildpflanzen von uns im Briefkasten haben oder tolle Rezepte ausprobieren, dann ist unser Wildkräutermagazin für euch genau richtig. Wir haben unser Kräuterkellermagazin einzeln oder als Set in unserem Kräuterhexen-Onlineshop zu finden und jetzt auch als Abo. Und ihr könnt da entscheiden, möchtet ihr ein normales Abo oder ein Unterstützer-Abo machen. Und dann könnt ihr unser Kräuterkellermagazin ganz automatisch im Briefkasten finden, wann immer eine neue Ausgabe erscheint. Und die erscheint zu jeder Jahreszeit, also im Frühling, im Sommer, im Herbst und im Winter. Und das ist ein ganz besonderes Magazin, was euch sicherlich viel Inspiration bieten wird, um die Wildkräuter in eurer Ernährung zu nutzen. Gehen wir von den rein ernährungsbedingten Vorteilen auch zu den gesundheitlichen Vorteilen, dann enthalten die Wildkräuter oftmals auch ätherische Öle, was sie dann wieder so wertvoll machen für Zubereitungen in der Hausapotheke oder auch für Hausmittel, Salben und so weiter. Und da sind natürlich die Wildkräuter auch ganz, ganz wichtig. Da haben wir ja viele Videos bereits in der Vergangenheit für euch auf YouTube geladen, wo wir dann auf die einzelnen Pflanzen eingehen und euch zeigen, welche Hausmittel ihr damit machen könnt. Heute soll es jetzt mal nur um die Ernährung gehen. Und deswegen schauen wir uns jetzt noch ein bisschen die Hintergründe an. Wieso haben denn diese Wildkräuter mehr Nährstoffe als kultiviertes Gemüse? Und das möchte ich euch jetzt noch ein bisschen genauer erläutern. Wildkräuter sind noch das am Natur belassenste, was man heutzutage noch so zu sich nehmen kann, denn sie wachsen, wie der Name schon sagt, wild. Und das bringt mit sich, dass diese Wildkräuter meist unter viel anspruchsvolleren, viel raueren Bedingungen wachsen müssen als kultiviertes Gemüse. Wenn ihr euch vorstellt, dass zum Beispiel ein Kopfsalat in einem Gewächshaus wächst, wo er vor Umwelteinflüssen zum großen Teil abgeschirmt wird und natürlich auch dann entsprechend gepflegt und versorgt wird, eventuell mit Dünger versorgt wird oder auch mit Pestiziden, wenn es kein Biosalat ist, damit der Salat nicht krank wird und möglichst schnell und groß dann wachsen kann, dann ist es natürlich ein ganz anderer Wachstumsprozess als bei einem Löwenzahn, der völlig wild in der Natur wachsen kann und sich erst einmal durchsetzen muss gegen die anderen Pflanzen. Wenn ihr euch einen Löwenzahnsamen vorstellt, der mit seinem Schirmchen durch die Luft fliegt und dann irgendwo in einer Wiese landet, dann muss dieser Löwenzahnsamen, wenn er zu Boden gesunken ist, sich erst einmal gegen die anderen Pflanzen durchsetzen, die dort ja alle schon dicht wachsen. Und wenn der Löwenzahn das dann schafft, dann hat er sehr viel Konkurrenz um sich herum und muss natürlich möglichst viel Sonnenlicht erhaschen und hat aber auch gleichzeitig die ganzen Witterungsbedingungen, mit denen er fertig werden muss. Also die Temperaturschwankungen im Laufe der Jahreszeiten, eventuell auch starke Trockenheit oder große Hitze, wenn es im Sommer dann mal längere Zeiten nicht regnet und sehr, sehr heiß ist. Und all das führt dazu, dass so eine Wildpflanze oft mehr Inhaltsstoffe in sich anreichert, denn sie braucht im Prinzip, kann man sagen, einfach einen Schutz für die Umweltbedingungen, beispielsweise gegen die UV-Strahlung. Und das macht dann diese Pflanze zum Beispiel mit Antioxidantien. Und deswegen sind diese in Wildpflanzen oft viel reichlicher vorhanden als in kultiviertem Gemüse. Zudem wachsen Wildkräuter ja meist auf einem völlig naturbelassenen Boden, der in der Regel nicht mit Pestiziden oder Düngemitteln bearbeitet wurde. Und das führt oftmals dazu, dass die Wildkräuter dann eine höhere Mineralstoffdichte anreichern können in ihren Pflanzenteilen, die wir dann natürlich aufnehmen können, wenn wir diese Wildkräuter essen. Und ein wichtiger Faktor ist auch die Züchtung, denn kultiviertes Gemüse wurde ja oft schon über Jahrhunderte hinweg gezüchtet, teilweise um den Ertrag zu erhöhen, dass die Pflanzen größer werden, dass die Pflanzen widerstandsfähiger werden, dass die Pflanzen besser lagerfähig sind oder dass die Pflanzen beispielsweise Bitterstoffe verlieren, damit sie uns besser schmecken. Das hat aber alles zur Folge, dass dann wertvolle Stoffe fehlen, wie zum Beispiel die Bitterstoffe. Und dass die aus vielen Gemüsesorten und auch aus Obst herausgezüchtet wurden, das ist gar nicht so gut für unsere Verdauung, für unsere Leber. Und deswegen sind da die Wildkräuter auch besonders interessant, weil die ja naturbelassen sind und da wurde nichts herausgezüchtet. Und das ist einfach eine ganz wertvolle ursprüngliche Form der Nahrung, die wir dann so noch zu uns nehmen können. Ein gutes Beispiel ist da auch der Apfel. Früher hat man gesagt, an apple a day keeps the doctor away. Das funktioniert heute eigentlich kaum noch. Es gibt da viele Messungen und Untersuchungen, dass die gängigen Apfelsorten, die es im Supermarkt zu kaufen gibt, das sind eigentlich nur noch zehn verschiedene Apfelsorten. Und es gibt aber hunderte Apfelsorten. Und diese zehn, die es bei uns im Supermarkt noch gibt, die haben eigentlich viel, viel weniger Inhaltsstoffe im Laufe ihrer Kultivierungsgeschichte ganz erheblich an Inhaltsstoffen eingebüßt. Und das führt dann eben dazu, dass an apple a day wohl eher nicht mehr ausreicht und ihr dann besser auf Wildfrüchte aus der Natur zurückgreifen solltet oder beispielsweise dann natürlich auch auf Wildkräuter. Und wo wir gerade bei der Vielfalt sind, es gibt im Supermarkt eigentlich das Ganze ja über dieselben Dinge zu kaufen. Wenn ihr mal überlegt und mal wirklich nachdenkt, was kauft ihr so für Gemüse und Obst im Laufe eines Jahres, dann sind das wahrscheinlich immer mehr oder weniger dieselben Sachen. Und vielleicht variiert das mal, wenn es saisonal ein spezielles Obst oder Gemüse gibt. Aber im Großen und Ganzen sind das alles irgendwie dieselben Sachen, die man immer so kauft und im Supermarkt findet. Und bei den Wildkräutern, da gibt es eine unendliche Vielfalt. Je länger und je intensiver man sich mit Wildkräutern beschäftigt, desto mehr essbare Wildkräuter, Wildfrüchte oder auch zum Beispiel Wurzeln oder Samen findet man, die man dann nach und nach in seine Ernährung integrieren kann. Das Wissen, das vergrößert sich mit jeder Pflanze, die man neu kennenlernt. Und im Supermarkt, da ist das Angebot einfach beschränkt. Das kann man in keinster Weise vergleichen. Und da habt ihr natürlich dann auch eine ganz große Bandbreite an Nährstoffen, wenn ihr die Wildenschätze aus der Natur nutzt. Und die Wildkräuter, die wachsen ja immer in freier Natur. Und das Sonnenlicht und auch einfach die natürlichen Umweltbedingungen, die führen dazu, dass die Wildkräuter dazu gezwungen sind, mehr Vitamine und mehr Antioxidantien, also generell mehr Nährstoffe in sich anzureichern. Und das ist eigentlich so der Hauptvorteil gegenüber dem kultivierten Gemüse. Die Wildkräuter, die wachsen meistens auch etwas langsamer, sind natürlich dann auch kleiner. Aber man sammelt dann eben von den Wildkräutern eine größere Vielfalt und so kommt dieser tolle Nährstoffmix dann letztendlich auf dem Teller zustande im Vergleich zu einem reinen Salat, den ihr aus Kopfsalat oder Fellsalat machen würdet. Trotzdem ist natürlich zu beachten, dass der Gehalt an Nährstoffen auch in den Wildkräutern schwanken kann. Das hängt einfach davon ab, wo ihr sammelt, wie viele Mineralien im Boden zu finden sind oder an welchem Zeitpunkt ihr die Wildkräuter sammelt. Auch ist natürlich entscheidend, ob ihr die Blätter zum Beispiel im Frühling sammelt oder dann erst im Spätherbst. Ein Teil der Inhaltsstoffe ziehen sich dann in die Pflanzenteile zurück, die für die Pflanze in der jeweiligen Jahreszeit relevant sind. Also um das konkret zu machen, wenn die Pflanze in die Blüte geht, dann konzentriert sich die Pflanze darauf zu blühen und dann Samen zu entwickeln und dann gehen die Wirkstoffkonzentrationen oft aus den Blättern ein bisschen zurück und gehen dann in die Blüte oder in die Samen, im Herbst dann teilweise in die Wurzel, wenn es eine winterharte Pflanze ist. Und das sollte man auch so ein bisschen berücksichtigen, aber das führt niemals dazu, dass ihr gar keine Wildkräuter essen solltet. Denn selbst wenn die Pflanze im Laufe des Jahres in den Pflanzenteilen, die ihr essen möchtet, etwas weniger Wirkstoffe hat, sind das immer noch so viele, dass sie den meisten gekauften Gemüsesorten sicherlich deutlich überlegen sein werden. Wir hoffen, wir konnten euch mit diesem Video etwas mehr über den Wert der Wildkräuter berichten und genauer erläutern, wieso diese Wildkräuter für uns so wertvoll sind und warum wir diese kostenlosen Geschenke der Natur so schätzen. Und nun hoffe ich, ihr geht ebenfalls raus in die Natur, sammelt ein paar Wildkräuter und macht euch vielleicht einen leckeren Wildkräutersalat. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und denkt dran, unseren YouTube-Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!